Willkommen auf dem Kanal News Miso 24. Heute berichten wir über den schrecklichen Fall in Berlin. Mutter und zwei Töchter sind gestorben. Komplize ist auf der Flucht. Die Menschen sind schockiert, die Polizei ermittelt. In einer Wohnung in Berlin wurden drei Leichen gefunden. Heute waren die Bewohner des Berliner Bezirks Marzahn in Panik, als die Polizei in einer Wohnung in diesem Bereich drei Leichen entdeckte. Die Untersuchung wird dringend durchgeführt, um die Ursache und Einzelheiten des herzzerreißenden Vorfalls zu klären. Die Situation am Tatort weist Anzeichen eines Mordes auf, heißt es in einer kurzen Stellungnahme von Polizei und Staatsanwaltschaft. Weitere Details wurden jedoch nicht bekannt gegeben, um den Ermittlungsprozess nicht zu beeinträchtigen. Der Vorfall wurde am Sonntagnachmittag entdeckt, als die Mordermittlungsgruppe benachrichtigt wurde. Pünktlich um 14 Uhr trafen die Beamten am Tatort einer Wohnung in der Ludwig-Rennstraße ein, wo drei Leichen tot aufgefunden wurden. Das Opfer und der Verdacht des Fluchtpartners. Derzeit sind viele Informationen noch nicht eindeutig überprüft. Nach ersten Berichten lokaler Medien handelte es sich bei den drei Opfern um eine 31-jährige Frau und ihre beiden kleinen Töchter im Alter von jeweils fünf und sechs Jahren. Eine Quelle des Senders RTL sagte, es sei möglich, dass sich der Vorfall vor einigen Tagen ereignet habe. Nachbarn bemerkten einen ungewöhnlichen Geruch in der Wohnung und meldeten ihn der Polizei. Laut der Bild-Zeitung könnte der derzeit untergetauchte Lebensgefährte der Mutter ein Tatverdächtiger in dem Fall sein. Die Staatsanwaltschaft hat diese Informationen jedoch noch nicht bestätigt und die Polizei sucht weiterhin aktiv nach dem Verdächtigen. Die Polizei sperrte den Tatort ab und die Nachbarn waren untröstlich. Unmittelbar nach Erhalt der Nachricht waren das forensische Team und Gutachter vor Ort. Am Abend desselben Tages kamen viele Anwohner, um vor dem Gebäude Blumen niederzulegen und Kerzen anzuzünden, um der Opfer zu gedenken. In einem Interview mit einem Reporter der Nachrichtenagentur DPR beschrieb ein Nachbar das Ereignis als zu beängstigend und drückte seine Trauer über den Verlust der Familie des Opfers aus. Wir haben nie irgendwelche Argumente gehört. Diese kleine Familie zog vor etwa fünf Jahren in einen neuen Apartmentkomplex in Ost-Berlin. Im Sommer spielen die Mädchen oft mit den Nachbarskindern und die älteste Tochter ist gerade in die Schule gekommen. Laut einer nahen Nachbarin sind die beiden Kinder immer brav, süß und werden von ihrer Mutter gut betreut. Sie fügte hinzu, dass sie ihre Eltern und Kinder in letzter Zeit nicht mehr gesehen habe. Ein anderer Nachbar erinnerte sich, wir haben von ihrer Familie nie Streit oder Konflikte gehört. Der Partner der Mutter, der derzeit verdächtigt wird, in den Fall verwickelt zu sein, gilt als ruhiger, stiller Mann, der sich gut um seine Kinder kümmert. Er ist oft dafür verantwortlich, die Kinder von der Schule abzuholen, während die Mutter mit der Ausbildung zur Lehrerin beschäftigt ist. Ein großer Verlust im Herzen der Gemeinschaft. Dieser schockierende Vorfall erschütterte nicht nur die Bewohner des Gebäudes, sondern auch die Gemeinde in der Gegend. Sie alle hoffen, dass die Behörden die Ursache des Vorfalls schnell untersuchen und klären, um Gerechtigkeit für die Familie des Opfers zu finden. Vielen Dank, dass Sie sich das gesamte Video angesehen haben. Wenn Sie es interessant finden, liken, teilen und abonnieren Sie den Kanal.